Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Veloka. Wer mich schon kennt oder dem Kanal schon eine Weile folgt, wird wissen, dass ich Dinge kritisch hinterfrage und nicht alles automatisch bei mir eine gute Bewertung bekommt, was man im Campingbereich so findet. Und darum ist mir auch immer wichtig, dass ich Dinge teste, vielleicht auch länger teste, bevor ich sie euch vorstellen. Und genau darum geht es heute, um den Langzeittest von dem SOG-System, das wir schon letzte Saison, komplette letzte Saison im Einsatz hatten und unsere Erfahrung dazu. Wer es noch nicht kennt, das SOG-System arbeitet eigentlich so wie die Natur es vorgesehen hat, alles was man auf der Toilette hinterlässt, soll auch sich selber zersetzen und braucht keine chemischen Zusätze. So ist es immer der Grundgedanke. Das heißt, jeder kennt es, wenn man eine Camping-Toilette hat, gibt es diese Chemikalien dazu, die man dort immer in die Kassette einfüllt, damit dann das Spezialklopapier und so weiter sich zersetzt. Nachteil von der ganzen Geschichte ist, ich habe es auch kleine Campingplätze mal auf dem Bauernhof und so weiter gesehen, die ich aber mit dem System relativ schlecht anfangen kann, weil die oftmals eine Kläranlage haben, eine auf natürliche Basis basierende Klärgrube haben und dort kann ich nicht meine Toilette ausleeren mit den Chemikalien. Also braucht es ein System, das einfach ohne diese Chemie auskommt und das Ganze umweltverträglich macht. Schon nebenbei natürlich auch noch den ganzen Geldbeutel, wenn man nicht die Zusatzstoffe kaufen muss und darum sind wir auch bei dem SOG-System gelandet. Das SOG-System ist vom Prinzip eigentlich ganz einfach gehalten. Es ist hier die Türe-Variante, es gibt noch verschiedene Varianten für Bodenauslass oder Dachauslass. Der Vorteil bei mir ist, die Toilette oder im Namen der Kassette ist, hinten am Wohnwagen. Darum kann ich die einfachste Variante, die Tür-Variante nehmen und dann sieht es so aus, dass eigentlich hier in der Tür ein Lüfter verbaut wird, der, wenn man die Toilette benutzt, das heißt den Schieber öffnet, automatisch einen kleinen Lüfter aktiviert, der dann durch den Ausguss in dem Fall Luft zieht durch die Toilette durch, nach draußen befördert und ja, da drinnen die Hinterlassenschaften sich selber zersetzen können. Wir haben das lange getestet. Ich habe viel davor gehört, gelesen, dass es furchtbar sein soll beim Ausleeren, dass es dann stinken soll und so weiter. Und meine Erfahrung ist absolut super System. Ich gehe auf die Toilette, ich mache den Schieber auf. Es beginnt sofort der Lüfter zu laufen und zieht die Gerüche, die beim Toilettengang entstehen, quasi direkt nach draußen. Draußen haben wir auch nicht jetzt eine riesen Geruchsbelästigung, weil hier in diesem Gehäuse sitzt ein Aktivkohlefilter, wo dann die Gerüche mit rausfiltern, bevor sie dann ja in die Natur entweichen. Und im Wohnwagen selber habe ich keinerlei Geruchsbelästigung mehr. Das ist schon mal einer der größten Vorteile oder ein riesen Vorteil, den ich in dem System sehe. Und dann sieht es nachher so aus, wenn ich die Kassette entnehme, muss ich nur einen kleinen Zusatz machen und dann muss ich hier den Schlauch abziehen und einen Stöpsel aufsetzen, dass ich nachher, wenn ich die Kassette transportiere, hier nachher keine Hinterlassenschaften aus der Kassette rauskomme. Wenn ich jetzt die Sache entleere, auf den Campingplätzen und so weiter, dann ist das auch nicht anders als mit Chemie. Es ist vielleicht ein kleines bisschen, riecht es ein bisschen mehr, aber für mich jetzt kein großer Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, wenn da einer sagt, das riecht furchtbar, das stinkt, das kann man, man muss sich überwinden, um das auszulernen, kann ich absolut nicht beipflichten. Entweder haben die davor immer so viel Chemie drin gehabt, dass sie noch nie was gerochen haben. Also für meine Verhältnisse ist es, es ist ein Geruch da, aber es ist auf jeden Fall nichts Dramatisches. Ganz großer Vorteil ist, man braucht kein Spezialtoilettenpapier mehr. Das heißt, man kann das ganz normale Toilettenpapier von zu Hause nehmen. Das wird auch empfohlen, weil sie es besser zersetzen soll. Ich habe jetzt keinen Unterschied bei der Zersetzung vom Klopapier festgestellt. Ich hatte ja noch das Spezialklopapier, das ich in den Toiletten schneller zersetzen soll. Also habe ich das aufgebraucht und hinterher das normale genommen und stelle da keinen Unterschied fest. Es funktioniert einwandfrei. Und ich muss keine Chemie mehr nachlernen. Also hinterher mit Messbecher noch nachfüllen, Wasser dazulernen und so weiter. Entfällt vollkommen. So, ich nehme die Kassette, mache da nochmal einen Schluck Wasser rein, schiebe die zurück und die ganze Sache ist gegessen. Ich habe das auch während der Fahrt gehabt, dass mal zwei, drei Tage irgendwas da drin war. Also es funktioniert. Ich habe auch, da war ich sehr gespannt drauf, ob ich Ablagerungen in der Kassette nachher habe. Also das heißt, Rückstände, dass ich sie schnell austauschen muss, weil sie einfach schneller verschleißt. Und das kann ich auch beneihen. Also da habe ich keinerlei merklichen Rückstände von dem Einsatz ohne Chemie. Also es ist wirklich ein System, das ich jetzt über ein Jahr oder eine komplette Saison im Einsatz hatte und vollkommen zufrieden bin. Also wirklich sehr zufrieden bin, vollständig zufrieden bin, muss man ja sagen, und kann es daher bedenkenlos empfehlen. Manch einer wird sich jetzt wundern, warum mache ich denn kein Einbau-Video, weil oft sieht man zum Sog-Video, zum Sog-System-Videos, wie es eingebaut wird. Ich habe das auch selber eingebaut, aber ich muss dem Sog-System beim Einbau eine klare Note abziehen, wenn nicht sogar zwei. Und zwar sieht es so aus, dass ich bei der Tür-Variante jetzt hier zwei Löcher bohren muss. Also ich habe es mit dem Stufenbohrer gemacht, andere nehmen vielleicht einen Lochbohrer und die sind mit einem Millimeter auseinander. Das heißt, ich muss zwei Bohrer vorhalten für fast dasselbe Lochgröße. Ich habe das auch bei der Firma Sog angesprochen, habe da meine Kritik geäußert zu dem Ganzen, dass ich es einfach unschön finde, wenn ich ein System kaufe, das um die 200 Euro kostet, dass da kein Lochbohrer mit dabei ist. Und wenn, dann brauche ich zwei verschiedene. Daher gibt es für mich für den Einbau ein klares Nein. Finde ich nicht schön gelöst, aber für das System selber ein richtig fettes Jahr. Also was ich da jetzt gespart habe. Sonst hat man immer die Flasche mitgenommen. Mit der Chemie hat es irgendwo unterbringen müssen. Entfällt alles vollkommen. Ich leere das aus. Ich brauche mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt Naturcamping mache und da eine biologische Kläranlage hinten dran ist, sondern ich kann es einfach entleeren und es funktioniert. Einwand frei. Ja, also das ist meine Langzeiterfahrung zu dem Sog-System. Das Tolle ist, jetzt im April gibt es gerade eine Aktion bei der Firma Sog. Das heißt, wenn ihr dort in der Nähe seid, könnt ihr dort vorbeigehen und einen Termin machen. Da gibt es das Ganze zu einem Sonderpreis inklusive Einbau. Da ist das Thema Einbau schon erledigt und dann bekommt ihr das System zu einem guten Preis direkt von den Fachleuten vor Ort eingebaut. Ja, viel mehr gibt es von meiner Seite gar nicht zu sagen. Was ich noch vielleicht ergänzend sagen kann, vielleicht wundert sich jemand, warum ich das Sog-System oder die Abdeckung in dem Grau habe. Das liegt daran, dass Adria verschiedene Grautöne hat und das heißt, die ganzen Klappen oder auch die Steckdosen, Klappen und so weiter, haben dieses Grau und passt gut zusammen. Gibt es auch den Schwarz und den Weiß. In dem anderem Grau, aber da gibt es wirklich für jeden das passende zu finden. Wenn jetzt die Toilette eben auf der vorderen Seite sich befindet, dann wäre das natürlich der Ablass ins Vorzelt vielleicht nicht so geschickt, wenn dann jemand aufs Klo geht, weil ein bisschen Geruch wird wohl immer mit dabei sein. Dann gibt es eben eine Boden- oder eben auch eine Dachvariante. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich verlinke euch noch das Ganze in der Video beschreiben, wo ihr das kaufen könnt, falls ihr nicht vor Ort geht. Und vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht uns zu abonnieren, da verpasst ihr auch nicht die nächsten Videos von uns.